So könnte der Arbeitsplatz von morgen aussehen. Er leitet den Menschen mithilfe von Augmented Reality, der erweiterten Realität, durch komplexe Fertigungsprozesse. Das System basiert auf einer App, die einzelne Arbeitsschritte durch die Einblendung von 3D-Animationen erklärt. Voraussetzung dafür ist, dass Menschen und Produkte miteinander vernetzt sind und ein ständiger Informationsaustausch über den Produktionsstatus stattfindet. Wenn der Smart Operator die richtigen Daten zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zur Verfügung hat, dann ist es im Grunde genommen ein Training on the Job mit Know-how in real time. Das heißt, der Operator kann sich an ihn, für ihn komplett Unbekanntes heranbegeben und macht genau die richtigen Schritte zur richtigen Zeit. Diese 1,70 Meter große Roboterdame namens Ayla benötigt noch weniger humanoide Unterstützung. Im Gegenteil. Ihre menschenähnlichen Hände und eine spezielle Software qualifizieren sie für ein Zukunftsszenario auf der Internationalen Raumstation ISS. Ayla legt Hebel am Armaturenbrett um und aktiviert Knöpfe, um beispielsweise Bordsysteme anzuschalten. So könnte sie spontan und eigenständig Astronauten unterstützen oder in gefährlichen Situationen ersetzen. Der normale Industrieroboter, den Sie zum Beispiel in der Autoindustrie sehen, ist fest auf dem Boden festgeschraubt. Das heißt, jede Bewegung des Roboters ist genau vorprogrammiert. Der kann sehr schnell und sehr exakt arbeiten, aber er ist nur begrenzt flexibel. Dieser Roboter hier kann sich frei bewegen im Raum und kann sich an seinen Raum anpassen. Damit der Robotik nicht der Nachwuchs ausgeht, hatten Besucher auf der CeBIT die Möglichkeit, selber zum Ingenieur zu werden. In einem Workshop wurden interaktive C-Bots konstruiert. Die Mini-Roboter werden per Sound gesteuert, der von mobilen Geräten wie Tablets oder Smartphones eingespielt wird.